Die langersehnte Wahl in den USA ist durch. Trump ist der große Gewinner. Die Aktienmärkte und auch der Bitcoin reagieren sehr positiv auf diese Nachrichten. Ist Europa und vielleicht auch China der große Verlierer der Wahl? Ja, lieber Alexander, die Wahlen in den USA sind durch. Und so knapp, wie wir alle dachten, war es dann am Ende gar nicht, oder? Überraschend deutlich ist, wie es aussieht, der Gewinn auch für Trump. Und vor allem, ja, das Wahlsystem ist ja schon ein bisschen anders wie bei uns. Er hat auch eine Mehrheit, also nicht nur jetzt bei den Wahlmännern, was ja das Entscheidende letztlich ist. Er hat auch eine Mehrheit in den absoluten Zahlen. Also das ist das Besondere. Also es ist wirklich, es ist nicht knapp, sondern es ist sehr, sehr eindeutig. Auch wenn wir jetzt noch mitten in der Auszählung auch sind. Aber er hat hier einen deutlichen Vorsprung rausgearbeitet. Das hätten wir, glaube ich, alle in der Form nicht gedacht. Ja, und du siehst ein bisschen müde aus. Heißt das, du hast die ganze Nacht mitgefiebert? Danke für das Kompliment. David, aber du hast recht. Ja, also es war so spannend auch. Ich war die ganze Zeit vorm Fernsehen natürlich, ist klar. Und habe auch jetzt gerade live seine Rede nochmal angehört, die im Übrigen erstaunlich war. Er war sehr, sehr versöhnlich auch, die Ansprache für alle Amerikaner da zu sein auch. Also muss ich sagen, nicht aggressiv, überhaupt nichts. Hätte ich jetzt vermutet, dass er da gleich ausholt. Aber es war sehr, sehr versöhnliche Antrittsrede. Ja, und die Märkte haben auch schon positiv reagiert. Insbesondere der Bitcoin, wenn man das rauspicken möchte, 7 oder 8 Prozent schon im Plus. Ja, also Japan-Börse ebenfalls im Plus. Tesla natürlich auch im Plus. Elon Musk wurde ja auch explizit natürlich auch in der Antrittsrede auch gelobt über seine Raketentechnik. Und auch, dass man eben Talente in den USA in Zukunft eben auch halten muss und auch da lassen muss. Also alles sieht wieder nach America First aus. Natürlich, die Börse bejubelt es in Teilen natürlich jetzt schon. Ja, und du sagst es schon, die Stimmen noch nicht alle ausgezählt. Wann kann man denn mit dem endgültigen Ergebnis rechnen? Ja, also man kann, sag ich mal, bis alle Stimmen dann wirklich ausgezählt sind, denke ich, brauchen wir noch zwei Tage. Aber es ist jetzt schon klar, dass er gewonnen hat. Das ist nicht nur, weil Fox jetzt das ausgerufen hatte, schon vor ein paar Stunden. Auch die New York Times hat das ja ausgerufen. Es ist so, dass sie nicht mehr einholen kann, weil einfach der Vorsprung nicht einfach zu groß ist. Also man kann jetzt hier nicht, wie es auch schon war, dass es eben um 10.000 Stimmen geht. In dem Fall sind 5 Millionen Stimmen Vorsprung einfach auch nicht mehr einzuholen. Ja, und die kurzfristigen Auswirkungen auf die Märkte haben wir gerade schon besprochen. Ja, was passiert so die nächsten Wochen und vielleicht auch Monate? Was sind so die ersten Taten, die er vollbringen wird aus deiner Sicht? Gut, er hat eine Antrittsrede natürlich gesagt, er möchte wieder ein goldenes Zeitalter für die USA machen. Das beste Land draus machen. Das bedeutet natürlich, es ist so ein bisschen sicher ein reinigendes Gewitter, auch für Europa. Durchaus vielleicht auch für den einen oder anderen Schock. Aber es kommt auch Bewegung rein wieder in das Ganze. Er wird sicher sich erstmal um Amerika kümmern. Er wird aber auch sicher sein Wort halten, was auch viele Amerikaner in der Wahl für ihn auch gestimmt haben, dass er auch die Kriege beenden möchte. Da bin ich selber mal gespannt auch, was er hier auch hinbekommt. Und dass eben hier die Kriege weniger werden. Das sind so die ersten Sachen, die er machen wird. Und natürlich wird er natürlich auch hier Zölle einführen und ähnliches. Also davon können wir ausgehen. Ich meine, wir kennen ihn inzwischen schon. Das ist für den einen oder anderen sicher erstmal unbequem. Aber es bringt auch immer wieder Bewegung rein in die ganze Geschichte. Ja, und wer ist aus deiner Sicht der große Verlierer? Wird es Europa sein oder eher China oder beide? Ja, das liegt eigentlich an beiden selber. Ja, ich meine, er ist ein Geschäftsmann. Und natürlich ist es so, dass er für Amerika erstmal denkt. Das ist auch, warum er gewählt worden ist. Die Amerikaner sagen, denkt erstmal an uns. Aber für die Europäer kann es durchaus auch von Vorteil sein. Die Zölle, die er angekündigt hat, klar, man kann da immer verhandeln mit ihm. China, denke ich, ist der große Verlierer erstmal, weil er würde einfach mehr Produktion, noch mehr in die USA zurückholen. An den Europäern liegt es ein bisschen an den Europäern selber, würde ich sagen. Also man muss jetzt hier nicht Angst haben, sondern natürlich aber auch die Automobilhersteller, die produzieren ja schon in großen Teilen auch in den USA. Das heißt, die werden sicher noch mehr Produktion verlagern. Das ist für Europa, für die Arbeitsplätze ist nicht von Vorteil. Aber es sind auch Chancen da, dass man eben auch hier wieder mit Amerika vielleicht auch enger zusammenarbeitet. Weil auch unter beiden war die Zusammenarbeit zwischen USA und Europa auch nicht sehr eng. Das muss man auch mal so sehen. Und wie gesagt, wenn er das Thema Ukraine hinbekommt, dann haben wir zumindest in Europa auch wieder hier eine Chance, eben keinen Krieg zu haben und eben hier dann auch dementsprechend die Ukraine wirtschaftlich aufzubauen und hier auch die Chancen zu sehen. Und wie ist der Fahrplan jetzt genau für die nächsten Wochen? Also wir haben gesagt, so zwei Tage vielleicht noch mit den Stimmauszählungen, bis das endgültige Ergebnis dann feststeht. Und dann die Vereidigung, wann findet die statt? Die findet im Januar statt. Wir haben aber natürlich jetzt erstmal eine Übergabe, eine Gemäßigte sozusagen. Also natürlich ist es hier erstmal Chaos im Weißen Haus, wie immer. Natürlich weiß jeder, er wird dementsprechend demnächst dann ausziehen müssen. Da passiert nicht viel mehr, das kann man auch davon ausgehen. Ich denke, Bayern wird ein paar Abschiedsbesuche machen und das war es dann auch, ja. Ja, Alexander, jetzt haben wir viel über den Gewinner geredet. Wollen wir auch kurz über die Verliererin noch reden? Ja, wie geht es für Kamala Harris nun weiter? Na gut, ich finde es erstmal traurig, dass sie nicht mal vor ihren Anhängern heute gesprochen hat, sondern gesagt hat, ja, sie zieht sich jetzt zurück. Sie gilt natürlich bei den Demokraten jetzt als Verliererin. Das heißt, wir werden sie nicht nochmal sehen, vermutlich als Kandidatin bei den Demokraten. Da wird sicher jemand anders kommen. Sie wird aber sicher auch weich fallen, wie das bei Politikern auch sicher der Fall auch in Amerika ist. Ich denke, sie wird immer noch ein Amt haben bei den Demokraten, aber sie wird nicht mehr der Superstar sein, sondern sie wird mehr oder weniger, werden wir nicht mehr viel von ihr hören, was wir im Übrigen die letzten vier Jahre auch schon nicht gemacht haben. Ja, herzlichen Dank für deine Einschätzung, lieber Alexander, und dass du dir gleich heute Morgen früh Zeit genommen hast. Und dann wünsche ich dir auch einen guten Schlaf heute den Tag über, wenn du die ganze Nacht durchgemacht hast. Herzlichen Dank, lieber Alexander. Ich danke dir, David.